ein hallo leute und herzlich willkommen zurück zum neuen video von mir apple lucas 1924 heute spielen wir nach langer zeit wieder minecraft aber nicht allein sondern mit einer person die vielleicht aus den kommentaren kennt namens nun ja blockbuster 44 heißt er hier aber heißt im schätzt juli p und um sein Name durch den ersten Namen sagen äh ne lieber nicht nein ok um ja nämlich das ist der Block 440 Buster und er glaubt mir wollte ihn nicht kennen also und wie geht's dir denn heute so hast du Bock auf die Prozent mir zu helfen besser in Bedrohs zu werden da er sieht motiviert aus ja um ok um kommst du mit ja ok ähm wir gehen einfach mal äh lass mal ein Team ähm machen äh ist das hier überhaupt frei irgendwo ja hier ist frei mal sehen bist du da hm 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 du bist bei mir gar nicht drin ah doch da bist du äh komm schon mein Team rot rein bitte gut aber du musst wissen ich bin sehr schlecht da drin also ähm ja ich werde wahrscheinlich in dieser Folge sehr oft sterben und äh ich hab vor der Aufnahme schon vor einer Stunde oder so versucht mich zu verbessern also ich hab versucht Matches zu machen und hä ich wurde ja ich hab mir gekickt lol lol gibt's manchmal so Leute die können das mit höheren Rang hm bist du hm 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 mu ich höre ich ne ne nichts Dunge interests dir also wer Doctor ं alles kann das machen was ist sehr unfällende eigentlich Ich würde niemals irgendwie 100 Euro dafür ausgeben, um Leute kicken zu können. Aber irgendwie ist das in letzter Zeit irgendwie schade, dass man so lange warten muss, bis in die Lobby frei ist. Oder man wird gekickt, wenn das Spiel endlich kommt. Ich finde sie gar nicht gekickt. Oh mein Gott, das ist jemand so. Alter, wenn wir jetzt gekickt werden, raste ich aus. Komm. Na, gekickt. Alter, was ist das? Mal sehen, wer wird unser Gegner werden? Ich bin sonst schon sehr gespannt, wer jetzt unser Gegner hier wird. Also ihr könnt Blockbuster und mich richtig hören bei der Aufnahme, sonst wäre es etwas nervig. Und okay, dann fangen wir mal an. Ey, Blockbuster, ich mach dich fertig. Dann Discord ist aus. Dann Discord ist aus. Nein, hier, Gold ist aus. Ach so, okay. Das bin schon heute von der Taktik erzählt, wie man handeln soll. Mal sehen, ob ich das schaffe. Das aber was in der Nase. Okay, Leute. Wir haben jetzt etwas Eisen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht verschnell euch die Aufnahme, während ich das machen, damit das etwas profimäßiger aussieht, wie es die professionellen YouTuber machen, zudem ich leider nicht zugehöre. Nein, Mist. Okay. Hier ist es. Ich habe mich nicht komplett mit dem Überbau, um mich dann fertig zu machen. Und ich habe mich nicht zu holen, um mich zu rasieren mit dem Hinterland. es wird Zeit was dazu zu zerstören es ist es irgendwie ist das viel besser bei der Pocket Version von Minecraft der kann man einfach so unten so bauen aber das ist leider nicht so der einzige Vorteil von der Minecraft Pocket Version ist der Anfang es ist möglich dass es das letzte Video ist vor dem fairen also vor einer langen Pause weil ich dann weg sein werde und ja Badwars ist endlich wieder was in Minecraft und nicht mit Super Mario Galaxy da in Amelie oder wie in Muppets und ja zu zweit mal wieder ein Video zu machen das auch am meisten ja mit Blockfilm fehlt sich was da wird womöglich bald öfters was kommen wenn der Bock auf mich hat also gar nicht oder haben sie Bock auf mich Näh Näh, 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 Näh Nein, Alter, ich fasse dich nicht Junge Kein Ding, dass das blöde ist, ich hab mir 10 noch ganz dickes gemacht Ja, ja, damit kannst du dich einbauen ich muss mich unbedingt in dieses Spiel verbessern, ich muss mich nicht mehr aus so, 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 so wie das ist ein Spiel in dem ich gut bin Super Mario Galaxy bin ich vor kurzem beinahe gestorben wenn ich immer sterbe, rast sich aus manchmal einfach so zu Servern, ne und dann, dann, hol ich mir gerade zum Blöcke von Villager und dann auf einmal drehe ich mich um, dann ist schon der Gegner bei mir und spaut mein Bett ab Oh, ich bin einfach der Profi, ich bin so gut wie neben mir Alter, was hast du denn gebaut? Viel Okay, okay Ich mach jetzt den hier einfach Ah, nicht Ich bin vielleicht mal bald mit dem Shader wobei das nur für die Gäste man nicht sehen kann Aber ich hasse, wenn Gold deaktiviert ist, mit Gold ist das viel besser Du kannst nicht mal mit Gold spielen Ich weiß Warte? Na? Wie geht's? Komm, du Alter, sag, du bist an der Sicht Ja, ist wieder so Hallo Hehehe Für die Klicks Für die Klicks Für die Klicks Ich hab's nicht wieder getötet, denn ich hatte dich aber fast Hallo Hallo Also, lavis Und ich hab's Und ich hab's nicht so ausgestorben Mäß 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 ich dafür noch gestorben zuerst kaufst du diese bauchtaschen dann noch das das ist das für eine taktik wo bin ich wo du es erst auf den Markt aus dem Anliegen holt morgen sind und müssen und so stolz auf dich und ich in Europa ich denke ich habe also ich bin Prozent und das kann in der Bettwurst und und zum Künstler ich habe von diesen Taktik gesehen Okerokern aber wie sie jetzt die Sorge ich steppe jetzt wahrscheinlich wie können das ist soll ich solche an den ausmachen der Klinik sind schon lang warten und zu kommen in die Mitte der Wurzeln Prozent was ist das Köln und dieses scheiß Kopf wird Lärzweck das fast sich aus Köln und Köln ist wissen wenn man mit Block mein Kopf also nicht mit dem Block die nicht in der Hand hat sondern den Typen Prozent morgen es ist sehr schwer in die Schaden zuzukriegen weil er sich immer versteckt Es ist die beste MLG-Taktik, die ich je gesehen habe. Ich mache auch einfach die Block-Taktik. Nein! Was? Ich habe mir gerade Spinnenweh geholt und als ich sie fertig hatte, also die Villagers sind einfach aus der Map gefallen. Boah, ist das toll, ey! Okay. Das hat die Form eines Triäcken. Hallo! Block, wie geht's denn? So, ich... Bist da unten? Ha, scheiße! Ja! Alter, Mann! Ey, komm! Kämpft richtig wie ein richtiger... Block! Ich... Ich... Raste aus, äh. Vielleicht... Sollen wir gleich mal wieder versuchen, ein Team zu spielen, wenn wir nicht die ganze drausgeschmissen werden? Na! Ich bin der beste Spieler! Ey! Ich bin der beste Spieler der Welt! Ey! 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 Schraube! Umso wie Montaner Platz zu lassen? Ohn! Geh ich dich jetzt... A-M-E-E-D- E-M-E-D- E-M-E-D- tämä steht ja auch fest wie sich? Die getötet wurde nicht. Es ist nicht wichtig. Es geht nicht. Es geht nicht. Einander will es aber nicht zu verarschen werden. guck es gibt es die das ist das dümmste mit was ich hier gesehen habe willst du mich ne tschüss ich bin also weg mit ab mit es ist ein schluss mit wie sollst du die ganze mitte eingebaut nur das ist mit allerdings ich habe ja ein bisschen auf von dem herrlich mit meinem grünen in der er wird es kaputt das habe ich schon bemerkt wie bist du schon ach so stimmt ich habe den bestehenden bestehende Brotter weißt du was ich verabschiede mich jetzt nein tschüss BOOM Alter das war die Jungs des Sky Bettwurst von dir das nie gesehen hat BOOM ich bin es können 4 was auf blau auf blau 1 uns gold und weg da nicht hühnchen ah ja ich kann nicht schreiben ich kann aber noch nicht schreiben um übersteuert die Wischung nicht ich bin jetzt endlich auf der meinten ja um ja das habe ich ja schon in meinem ersten Video gesagt und also da eine Schrift hat sich hier was hat er geschrieben oder um was ah ja ich habe meinten alle Wiese verlassen alle können haben in die man sucht halt nur mit sie müssen sich alle lieb okay bestimmt sind er hat neulich in der als erster war wir warten einfach mal bis es losgeht und dann sehen wir uns gleich und einfach ein Kiel und dann geht es ich bin gekickt um ja Leute es ist leider passiert um das nie dieser war richtig voll ist Prozent uns im Jahr die Sitz 0 von irgendwas 0 von 8 oder wenn man endlich mal Server ist mit es nicht fast los geht wie man einfach in der Sekunde gekickt ein Block und ich habe uns jetzt beschlossen etwas Training zu spielen was wir bereuen werden und um dort um bis zu hier ich bin schon lange weg aber das ist ein bisschen das ist oder ja aber ich bin noch nicht mal sehen ach so muss die Leute raus holen alle ja ich bin ein Profit alle kommen ich bin um ich bin es kann gegen die 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 aus was ist also ist wo bist ich bin ich bin also die Grunde wird jetzt ich bin ich bin schon nicht schluss k k k k da ist jetzt das ist die rache das ist gleich mal den T1 Modus ok jetzt die Zeit ich bin runtergefallen und um einen Platz ich bin runtergefallen ist kann ich nicht um ein Korn mit 4 okay ich weiß nicht mehr zu halten das ist ja schon 20 also in der Runde Spieler unter den Null Alter ich bin so gut in diesem Spiel und Spieler übergeben ich muss meine Wiesn mal kreativer machen in meinen Kopf bin ich in die Möglichkeit jetzt ab endlich auf Server zu spielen wo sowieso nur drauf ist nun ja was passiert das ist ein Mist was ist denn los so um wo bist du so unten irgendwo unten und ich bin noch nicht ganz unten im Untergrund er bis hier da haben da muss auch nicht bis auf meiner Ebene oder ja ja wo ist es schon den besten Kumpel zu sehen block ja bist du besonderlich gefallen ja was solltet den Boden weg machen vor e alter sind gleich nein 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 umhört umhört jetzt runterfallen den ich trug ja und a es bin ihr unter nur mehr aber es ist doch nicht in meiner ebene r es geht um alle über mir über die ein auch das ist ein Nein, ich bin eine Ebene runtergefallen. Ich wollte zu einem verdammten MBG-Sprung machen. Boom. Oh, Leute. Wir haben uns gegenseitig ungerollt, ernsthaft. Nee, ich hab... Hab ich dich weggekickt? Ja, wir haben uns gegenseitig. Ich glaub mal, das war eine sehr komische Folge. Und ja, dann sag ich einfach mal... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sag ich ciao, Leute.